Was denn? Was denn los? Hier ist doch dunkel. Okay, hat Angst. Wir befinden uns jetzt hier, im sogenannten Eiskeller. Ella, 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 Ella. Wuhu! Wir haben jetzt gleich drei, wie sogar vier extrem geile Geschüsse. Und zwar schießen wir ins Dunkel. Kurz vorher warten. Die Augen müssen sich hier an die Lichtverhältnisse gewöhnen. Und dann haben wir die Möglichkeit, Pinguine, Eisbären und Polarfuchs zu erledigen. Kommt mit! Das war irgendwas. Jetzt aber drücken Eisbären da hinten. Wirklich nur schemenhaft. Ich bin ein Kahn. Ich bin ein Kahn. Hm, Läxer? Ich bin ein Kahn. Ich bin ein Kahn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich gucke gerade mal, hier sind so viel gelbe Flöcke. Beide rechts sind Hirsch. Ja, das sind aber Hirsch, oder? Bei den einen sieht man hier nicht mehr. Bei den Vorderen. Da sieht man die Hauptsache. Hm, bist denn zu dicht dran, oder? Ha? Du bist zu dicht dran. Nein, das ist geil. Okay. Ja, das ist geil. Geiler Schock. Geiler Schock. Ich bin mal drunter. Ich hatte auch so die Tendenz, eher niedriger zu halten, habe mich aber dann doch ein bisschen, wo Höhe beweist ist müssen. Ja. Wow, super! der letzte abschluss des tages und der andreas macht den lux jetzt fertig alle ums kill würde ich mal sagen mich ins kind so leute wir sind beim letzten abschluss angekommen wir sind ziemlich gierig aber den lux werde ich jetzt noch einmal zeigen das war schon vorhin